so leute da bin ich noch mal ich wollte euch noch mal einen kurzen vorgeschmack geben das hier sind die restlichen pakete die im zimmer oben die kleinen habe ich euch ja gezeigt das ist hauptsächlich der leslie graben hier sind die ganzen anderen vertreten wie zum beispiel das herum pyroshowpack sehr freine geteile oder auch wie man nur noch sehen kann ein weiteres pyroshowpack oder darunter der blackbox cape das muss in dem fall die gigantica sein hier sind noch diverse jorge batterien drin zum beispiel auch die neue concorde auf der noch dieser wunderbare aufkleber drauf ist hier haben wir die hier unten ist übrigens meine kiste mit den ganzen raketen ja hier gibt es noch die prometheus von prometheus zu sehen bzw von drunter müsste das die crusader von panda sein wie gesagt im laufe der zeit werde ich jede einzelne kiste vorstellen es wird dieses jahr kein gesamtbild geben weil ich schlicht und ergreifend kein platz habe die batterien alle übereinander aufzustellen also ihr seht hier sind es 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kisten oben sind auch noch diverse kisten also es ist einiges an kram